Mein Name ist Theresa Beer, ich lebe hier in Seifen und ich arbeite hier in einem Einzelhandelsgeschäft als Verkäuferin. Ich trete für die Gemeinderatswahl an, weil ich möchte, dass auch in den nächsten Jahren unsere Kinder in der Kita ein ordentlich frisch gekochtes Mittagessen auf den Tisch kriegen, dass uns die Küche in der Kita erhalten bleibt und dass wir eventuell auch, wenn unsere Ina mal aufhört, eine Nachfolgerin dafür finden. Ich wünsche mir für Seifen in zehn Jahren, dass wir noch mehr Familien hierher kriegen als Einwohner und Einwohnerinnen mit vielen Kindern, dass die Nachkommenschaft auch die schönen Holzartikel herstellen kann. Es gibt hier reichlich Arbeitsplätze, es gibt genug Wohnfläche, also es können gerne noch mehr Leute herziehen. so am esse Nousаем Hamburg Boss dr brush so